Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einer weiteren und wunderbaren Video. Freunde, da habe ich euch gerade so richtig schön die Hand gereicht, oder? Seid mir ehrlich, wollt ihr die Hand nehmen? Seid ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Freunde, das war sogar ein Reim! Leute, ich bin einfach gut gelaunt wieder, weil ich mir denke, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nicht-Lachen. Es hat lange gedauert, eine lange Historie. Ein Strike, zweiter Strike und schon fast ein dritter Strike und ein halber Spare war auch schon drin, Leute. Und jetzt haben wir endlich wieder eine Nicht-Lachen-Challenge. Ich bin gespannt, Alter. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt rein. Ich habe die Felscam schon an die richtige Position gestellt. Müsste passen, dass wir die von Sascha nicht überdecken. Link zum Original, ganz oben in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein in diese wunderbaren Nasenlöcher, die mich wirklich anlachen, wie der kleine Bäckersjunge, Alter. Wir schauen rein, Leute, ich bin gespannt. Endlich hat das Wort mein Ende! Endlich eine Episode von Nicht-Lachen! Allahut, Mann! Ich habe auch das Gefühl, Sascha scheißt einfach auf alles. Er sagt einfach, gib mir den Strike. Wenn ihr mich striken wollt, dann bitte richtig, gib ihn mir einfach. Er frägt auch danach, Alter. Ja, das war mein Ende. Endlich eine Episode von Nicht-Lachen! Allahut, Mann! Hello, Ron, this is my again for you with the outfit of the day. Luke halten mir eure Clips zu kommen lassen. Die schau ich mir gleich an. Falls ich lachen sollte, habe ich verloren. Falls ihr da einem lachen solltet, habt ihr verloren. Simon. Ich glaube, ich war mal als Kind in meine Oma verliebt. Ich würde sagen, erster Clip. Der war easy. Alter, es ist ein Elektroschockerstift. Okay, wann genau schockt der mich, wenn ich obendrauf drücke? Okay, es war hart bis jetzt. Es war hart, aber wir kriegen es auch heute easy hin oder lachen, Alter? Wir kriegen es hin oder lachen, Alter? Da gehen Grüße raus. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Da gehen Grüße raus an Papa Platte. Abitur Brandenburg 2019. Ich war dabei. Ehre. Wenn wir uns treffen, sind wir eigentlich schon auf Party. Allein der Weg zur nächsten Diskothek ist schon die Party. Nein. Wenn wir irgendwo sind, schon vorglühen. Bei uns ist immer Rock'n'Roll. Highlight. Bei uns, da tanzen die Weiber nackig auf den Tischen. Wir lieben das auch so. Jens, falls du das sehen solltest, es tut mir leid. Jens, 23. Warum zieht Jens... Nee, nee. Ich bin das nicht schlimmer. ...die Weiber nackig auf den Tischen. Wir lieben das auch so. Jens, falls du das sehen solltest, es tut mir leid. Jens, 23. Warum zieht Jens mit 23 schon so aus, als ob er keine Ahnung, Ende 30 wäre? Ja! 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 Schock Güzel. Steh mal auf, dreh dich mal. Dies, das. Wenn Aileen aus der 2B heute Rock angezogen hat. Ich glaube, das ist ein heikles Thema. Heikles Thema, Digga. Schock Güzel. Steh mal auf, dreh dich mal. Dies, das. Teamer Rock hoch. Eine amüsante Runde gegen den Peter, der sowieso kein Gehirn hat. Die alten Inscope-Sachen, das ist so Legende einfach. Auf den Schock erstmal in die Werbung. Mein RTL. Auf den Schock erstmal in Gesell. www.unsympathischhop.de Endlich ist wieder der bunte Unsympathisch-Sweater mit 3D-Stick verfügbar. Schlagt zu, solange der Vorrat reicht. G steht für Gönnen. Und 5 steht für... 540 Gramm. Mein RTL. Okay, war gut. Unges Garten der Weisheit. Hört mir zu. Männer sind wie Katzen. Manchmal kotzen sie in die Wohnung und lecken sich selbst auch am Fell. Aber wenn du sie vom Balkon schmeißt, könnten sie das überleben. Vielleicht sind sie auch tot. Denkt an meine Worte. Äh, oder? Was? Was? Leute, auf nach Madeira. Willst du nicht boxen? Komm her. Komm her. Meine Mom kommt nächste Woche Donnerstag vorbei. Wir machen hier so einen kleinen Übernachtungspumps. Papa Platte, Digga. Spaß, Leute. Ich kann jetzt nichts machen. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu schneiden. Ich bin hier. Aber ich habe Vincent van Gogh auf dem Rücken. Seht ihr das auch, Freunde? Ist mein Homie, Digga. Ist mein Homie. Habe ich mitgebracht heute. Ich hasse mein scheiß Leben. Ey, Papa Platte sind gute Clips dabei. Oh nein. Oh! Jetzt mal, Ritter hat das überlebt? Ey, ich will es nicht übertreiben, aber hat er das überlebt? Digga, der ist ja so weggeslided einfach. Oh mein Gott, der ist so weggeslided, Alter. Ich weiß nicht, welche die M-Sage gesucht hat, aber ich hoffe, er hat sie gefunden. Oh Gott, Digga. Oh! Turmsteigen, Alter. Hey, ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken. Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Ehrenmann. Kein Sex vor der Ehe. Ja, ja, genau. Ja, Leute, Miguel, ich und Dennis sind gerade hier unterwegs. Wer ist das? Und sie werden gerade von vier Kanacken verfolgt. Achso, achso. Und, Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, wir haben gewonnen, oder? Wir haben nicht einmal gelacht. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auch kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Sendet auch jetzt wieder eure Clips an diese E-Mail-Adresse und in einem Monat kommt dann wieder Versuche, nicht zu lachen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wahrscheinlich, du bist auch dann auch so, wenn du dann schreist, schreist du alles hier oben raus, Alter. Ja, wenn Bücher kommen auf den 50er? Wie schreist du dann? Ist da richtig amok angesagt? Ich freue mich dann. Echt? Ja! Das war schon unangenehm, irgendwie. Irgendwie war es unangenehm, irgendwie war es auch geil, die Clips von Knossi und Cool Savasch. Gut, Freunde, willkommen zum kleinen Großen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Haben wir gut gestellte, ja? Ja, also, Leute, ich sag's dir morgen. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ich würde sagen, wir sind zwar in einem weiteren wunderbaren Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, die Eins und die Zwei in den Kommentaren zu schreiben, ob ich... Ich hab vergessen, was ich gesagt hab, aber... Los... Vielen Dank.